... schuldig bin? Thomas war kein normaler Anwalt. Er hat schon früher einige Mitglieder der RAF verteidigt. Er war allerdings in den letzten Jahren von der Idee besessen, die Terroristen, die sich ins Ausland abgesetzt hatten, in die Bundesrepublik zurückzuführen. Um ihre Fälle neu zu verhandeln. Die sogenannte dritte Generation. Und Andreas Gans war einer von ihnen? Ja. Er galt als führendes Mitglied der Kommandoebene und wurde verantwortlich gemacht für das Attentat auf Dieter Haussmann. Thomas hat ihn Anfang der 80er bei einem Hausbesetzerprozess verteidigt und bewirkt, dass er ohne Vorstrafe davon kam. Zwölf Jahre war funkstiller. Bis er uns vor drei Tagen anrief und um ein Treffen bat. Er hat euch angerufen? Er war Anfang des Jahres heimlich nach Deutschland zurückgekehrt und hielt sich seitdem mit kleineren Drogengeschäften über Wasser. Und was wollte er nach der ganzen Zeit? Zurückkommen. Ganz einfach. Kein Mensch kann ewig illegal leben. Mehr weiß ich nicht. Dein Rest sollte Thomas persönlich sagen. Und warum bist du untergetaucht? Als ich Montagnachmittag nach Hause kam, sagte meine Vermieterin, dass zwei Männer in meinem Zimmer auf mich warten würden. Und? Ich hatte niemanden erwartet. Und warum erzählst du mir das alles? Weil sie Thomas umgebracht haben. Beinahe auch mich. Und was willst du jetzt machen? Weiß ich nicht. Also, was ist passiert, nachdem sie den Feuer...